hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge von my time at porsche ja so wir müssen die mädels gerade mal füttern und auch füttern so und wo ist unsere süße da hinten sie liest was liebling wir sollten eines tages nach atara reisen da kannst du meine eltern treffen sie werden dich lieben natürlich nicht so sehr wie ich denn das ist fast unmöglich aber fast so sehr dann interagieren wir mal küsschen so viel mehr training verabreden will ich jetzt nicht okay ein dickes katze ja dann gucken wir mal weiter was haben wir noch als aufgabe haben wir noch eine aufgabe ja wir müssen noch brunnen bauen icecraps brunnen und heute ist tag alte teile ok irgendwie tag der erinnerung ist heute von wann bis wann geht denn das hast du ich glaube heute abend geht das los ne 17 bis 23 uhr genau ok so da habe ich noch was über gesehen so das muss auch noch rüber und wir müssen brunnen wo bauen wir haben wir hier brunnen 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 töff töff getroplaster drucker wasserrad wasserlager oder dann High Voltage Power Supply. So was können wir auch mal bauen. Drücken. Wie baue ich einen Brunnen? Das bauen wir gerade mal. Aber wie baue ich den Brunnen? Brunnen. Wo baue ich die? Da fehlt mir das Wissen zu. Werkzeuge, Nahrung. Ausrüstung. Puffer. Haben wir hier irgendwo Brunnen drin? Das schaut nicht danach aus. Hm. Ähm, ich glaube wir haben ein Problem. Wie baue ich einen Brunnen? Das weiß ich nämlich nicht. Hm. Jetzt haben wir ein Problem. Muss mal gucken, ob ich das noch irgendwie gelöst kriege. da glitzert was. So, heute haben wir Samstag. Das heißt, wir können auf jeden Fall mal glitzert noch mehr? Nö. Hi, Ak. I have done a bunch of work. Ja. Hallo. Ich lerne von Petra mehr und mehr. Genau. Äh, Landwirtschaft. Ich habe hier noch wieder Saatgut. Extra für dich. Wie lerne ich Brunnenbau? Hi. Hi. Ich wünschte, ich könnte an den Strand gehen. Äh, du kriegst so ein Ding. Immer schön. Im Urlaub seine Lieblingssachen zu bekommen. Genau. Ach so, genau. Da wollte ich noch hin. Wie lerne ich Brunnenbau? Wahrscheinlich fehlt mir da einfach irgendwas. Was ich jetzt nicht habe, weil wir das nicht von Anfang, also ich habe es ja von der Early Access aus schon gespielt. Und irgendwas haben wir jetzt wahrscheinlich nicht so wie wir es hätten haben sollen. Ähm. Vier soll ich hier finden? Wow. Das passt nicht. Vier. Ich finde gerade mal zwei. Seht ihr hier irgendwas? Sieht für mich total gleich aus. Ah, da haben wir noch was. Hm. Das ist noch. Okay, haben wir tatsächlich gefunden. Hätte ich jetzt nicht erwartet. Da haben wir einmal. Da haben wir zweimal. Okay, das ist nichts offensichtliches. Da haben wir noch. Da haben wir noch. Das ist nichts offensichtliches. Das ist nichts offensichtliches. Das ist nichts offensichtliches. Was haben wir noch? Seht ihr irgendwas? Ich sehe gerade eben so gar nichts. Blinden wie ein Fisch? Da haben wir noch. Achso, ne, da ist nur ausgeblendet. Achso. Okay. Das muss ich echt raten. Okay, ich weiß nicht, was es war, aber es war irgendwas. So, da haben wir das. Da haben wir das. Da haben wir das. Und da haben wir das. Das ist schon mal einfacher. Da haben wir das hier. Da haben wir das hier. Da haben wir das. Und da haben wir das. So, die war wenigstens leichter. Die anderen waren schon heftig. Grüße an die Pauschianer. Hi Alice. Oh, ihm können wir auch noch Hallo sagen. Und das schenken. Die Stimmung hier ist ganz anders als ein Mega Five. live. Hm? Nicht ganz unwillkommen. Willkommen. So, die anderen. Sie ist schon unser Best Friend. Dir kann man noch was schenken. Datadisk, genau. Und du kriegst eine Limo. Das gefällt mir. Danke. Hi, Gus. Kiu-Kiu-Kiu war ein Geschenk von meiner Meisterin. Genau. So, du kriegst einen... Habe ich noch einen Regenschirm? Nein. Magst du Talisman? Nicht so wirklich. Hi Ginger. Mein Vater erzählt ständig abgedroschene Papa-Witze. Äh, du kriegst noch sowas. Danke, das gefällt mir. So, ähm... Das sind so die besonderen Tage, wo die Leute sich mehr über die Geschenke freuen. Hi. Sie denken, dass du ziemlich gut bist. Ja. Denken sie. Magst du sowas? Nicht wirklich. Gut. Petra kann man noch was schenken. Die ist auch noch nicht beste Freundin. Äh, magst du Limo? Oh, ja. Kommt durchaus an. Oaks kriegt ein Steak. The ladies at the research center. Äh, ja. Wow, für mich? Ja, für dich. Hello. Technologie wird eines Tages... Magst du eigentlich auch Limo? Hatte ich, glaube ich, schon probiert, ne? Oh, ja, er mag Limo. Hatte ich dem noch nicht probiert. I've been studying hard. Genau. Für dich habe ich, glaube ich, Blumen. Oder auch sowas hier, ne? Das magst du auch. Phyllis wurde meine beste Freundin. Sehr gut. Hello. Marco, ich glaube, du bist nett. Nein, ich habe das beste Mädchen gefunden. Limo ist nicht so seins. Tobi mag immer Apfelsaft. Manchmal vermisse ich Papa. Ja. Das glaube ich. Oh, ich brauche wieder Apfelsaft für Tobi. Dolly können wir noch was schenken. Ich frage mich, wo Molly heute hingeht. Ja. Ein Geschenk. Danke. Isaac, können wir auch noch was schenken? Magst du eigentlich auch Zitronenlimo? Nein. Magst du Zitronenlimo? Data Discs? Nein, nicht wirklich. Ich muss gerade nochmal neue kaufen. Genau. Zitronenlimo. Babymilch. Aber 21. Ja, das reicht. Hey, magst du Zitronenlimo? Ich bin in der Schule nicht so gut wie Polly. Ja. Passiert. Ja, das kommt durchaus an. Die hatte ich schon was geschenkt, ne? Ja. Ähm, Merlin. Ja, du bist seit 36 Stunden wach. Magst du Zitronenlimo? Nein. Okay, war ein Versuch wert. Oh, McDonald. Für dich habe ich, glaube ich, noch einen Eimer. Willst du mein Autogramm? Nein, will ich nicht. Ich habe noch einen Eimer für dich. Das wollte ich schon immer mal haben. Ähm. Dr. Su. Ich fürche, dass die Sonne meine Kräuter austrocknet. Ja, das könnte passieren. Vielen Dank. Ähm. Ja, sonst können wir gerade nicht viel machen, ne? Ich habe schon allen was geschenkt. Oder den meisten. Zwei Stunden die Gegenstände zu finden. Ja. Was können wir derweil noch machen? Was können wir derweil noch tun? Ob ich irgendwas, was ich dir verkaufen kann? Ähm. Angel? Nein. Salat, ne? Wobei, den brauchen wir auch fürs Pferd eigentlich immer mal wieder. Hm. Ja, nein. Bei dir sieht es nicht viel anders aus, oder? Hysteria-Topf. Hm. Hm, hm, hm. Fotopoint. Ich kann gerade eigentlich noch ein bisschen Holz fällen hier. Eine Stunde, ja. 17 Uhr, dann hacken wir gerade noch einen Baum um. Wenn wir schon hier sind. Kann man zumindest ein bisschen was Produktives tun. Und Holz sammeln, ne? So. So, da. Jetzt geht es dann gleich los. So. Wo finden wir Symbole? Wow. Hier nicht. Weitere Geisterabzeichen. Achso, da sehen wir sie ja. Wieso laufe ich hier runter? Ich hole uns. Die sind da oben. Waren da oben. Waren da oben. So. Wir haben zumindest mal eins. Da muss irgendwo eins sein. Ich weiß nicht, wer es gesammelt hat. Die Alice wahrscheinlich. Irgendwie lose ich bei dem hier immer total ab. Ich sehe sie einfach nicht. Hier muss eins sein. Da hinten ist noch eins. Ich nehme die Abkürzung. Ach, die Alice schon wieder. Okay, der ist vor mir da. Das ist die Laterne. Oh, Mensch. Achso, wir verlieren die auch noch wieder. Wie uncool. Da müsste eins sein. Wenn wir von so einem Geist erwischt werden, dann verlieren wir die Abzeichen auch nochmal wieder. Ah. Hier ist noch eins. Und hier war auch noch irgendwo eins. So, die habe ich mal. Drei Stück gibt es noch. Da ist noch irgendwo eins. Oh, nö. Jetzt hat mich schon wieder einer erwischt. Da muss noch irgendwo eins sein. Ey, Emily. Och, nö. Was machst du für Sachen, Emily? Da muss noch irgendwo. Da oben. Okay. Dann gehen wir mal zur Königslaterne. Da glitzert was. Können wir gerade noch ernten. Wenn wir schon hier sind. Wer weiß nicht. Kann nämlich gut sein, dass dann am nächsten Tag. Da ist glaube ich noch. Gehört noch zum Monat dazu. Aber. So. Gucken wir mal, ob wir noch mehr kriegen. So. Gucken wir mal, ob wir noch mehr kriegen. Nö. Hätte ich die oben kaufen können. Das ist natürlich möglich. Ich hoffe, Porsche kann unter meiner Führung gedeihen. Sieht nicht schlecht aus. Ja. Sieht eigentlich ganz schön aus. Zählt es noch als heute? Ja. Zählt noch als heute. Kann ihm nichts schenken. Ja, war schön. Dann gehen wir mal wieder heim. Wo habe ich denn jetzt schon wieder meine Axt? Da. Oh, ich habe ja noch Laternen. Die kann ich ja noch steigen lassen. Dann machen wir das doch gerade noch. So. Das machen wir ja natürlich dann noch. Gerade noch vor dem Ende. So, ganz gerade noch vor dem Ende geschafft. Da glitzert es noch. Ja, wir müssen dann noch jetzt gleich zu Bett. Wir sortieren hier noch alles ein. Irgendwas vergessen. Ne, sieht nicht so aus. Oh, da hätten wir noch einen T-Tisch für den. Einen Bürgermeister gehabt. Schirme. Fehlt noch Material. Stacheln brauchen wir noch. Okay. Jetzt gehen wir aber tatsächlich erstmal zu Bett. Ich sage danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und seid ihr das nächste Mal wieder mit dabei. In diesem Sinne. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.